Herzlich willkommen auf meiner Terrasse. Wie ihr seht, ist es warm. Wie ihr seht, haben wir Sonne und wie ihr vielleicht hören könnt, haben wir hier sehr, sehr, sehr viele kleine Vögel, die im Hintergrund zwitschern. Ich weiß nicht, ob das unser Podcast-Mikro aufnimmt oder ob das so gut ist, dass es das Filter hat. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auf dieser Sommerterrasse. Ich habe hier noch meine schönen, wir fangen direkt an nochmal mit einem kleinen Recap, einer Bezugnahme auf die letzte Folge. Und zwar ein paar schöne Tipps für den besseren Start in den Tag und der Ernährung. Ich habe hier so zwei so kleine, Jana hat erzählt, du warst in einem Hotel, wo auch Let's Dance Leute waren. Und dann hast du gesagt, die sind so mit einem kleinen Filmröllchen gekommen und gesagt, getan, das hast du mir morgen beim Frühstück erzählt in Kassel, im Restaurant, in einem Hotel. Und jetzt habe ich selber kleine Filmröllchen. Hört ihr das? Es knistert nach Chia und Leinsamen, Leute. Goldleinsamen. Für den Besten nur das Beste. Ja, genau. So sieht es aus. So sieht es aus. Also ich finde, hier sollten wir ab jetzt immer den Podcast aufnehmen, weil ich finde es sensationell. Freue ich mich. Hier auf der Terrasse. Dann habe ich ab sofort keinen Anfahrtsweg mehr. Ist gut. Also herzlich willkommen ab jetzt auf, ihr habt es gehört, auf dieser Terrasse. Naja, also sofern es möglich ist. Ich verstehe. Diese kleine Eingrenzung, diese kleine Detail. Das ist so wie mit Rabattcodes, ne? Oder wie mit Rabattaktion, wenn man so durch die Stadt geht. Ich bin ja so, mir kannst du so ein Schild hinhängen und ich fall ja drauf rein, ne? Und ich habe es inzwischen gelernt, aber meine Mama sagt dann, Jana, 70 Prozent, sag ich, Mama, schau mal genau hin, da steht es ganz klein mit so einem Sternchen. Was steht denn da? Bis zu. Ja, und? Sag ich, ja, das können 5 bis 70 Prozent sein. Ja, so gut. Irgendein Schrottartikel ist dann 70 Prozent reduziert, damit sie es aufs Plakat schreiben können, ne? Guck mal, wir sind heute ein bisschen unter Zeitdruck. Oh ja. Aber das passt eigentlich gut zur Folge, denn Druck bekommst du ja auch sehr häufig, weil du bist glücklicher Single. Oh ja. Glücklicher Single. Da haben wir auch gestern in der Lesung wieder drüber gesprochen. Und wir haben Druck, weil du heute um 14 Uhr direkt weiter musst, eine Etage höher in deiner Riesenmenschen hier. In den Westflügel, genau. In den Westflügel, um über... Das dürfen wir zwar nicht sagen, aber ja, Piep. Das passt auch ganz gut zu glücklicher Single, ne? Wenn wir schön alles wegpiepen. Aha, das fördert die Attention. Deswegen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind so in schönstem Sonnenstrahlen. Der Sommer ist da. Jana hat keine schwarzen, sechslagigen Sachen mehr an, wie wir in der letzten Folge besprochen haben, sondern sitzt hier in einem kurzärmeligen, nichtärmelig vorhandenen Top. Man nennt das, glaube ich, Tanktop dann. Ich bin es nicht sicher. Und wir lassen es uns gut gehen und laden euch ein, dabei zu sein. In der neuen Folge Wir sind so. Let's go. Wir sind so. Der neue Podcast von... Jana Krämer. Und mir, Bartomee. Wir sind beste Freunde und gemeinsam mit der Siemens Betriebskrankenkasse möchten wir Ausrufezeichen setzen. Hinter die Einzigartigkeit jedes Einzelnen und hinter den Mut, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Dass ich Jana Krämer nicht mehr ganz nun dreißig und immer noch ungeküsst glücklich und Single bin, können die meisten Menschen kaum glauben. Glücklich und Single, nein, das passt in vielen Köpfen noch nicht so wirklich zusammen. Warum das so ist. Warum meine Oma mich jedes Jahr zu Weihnachten mit den Worten Ach Mädchen, wieder ein Jahr allein. Wieder ein Jahr älter. Du brauchst doch jetzt bald mal einen Mann. Einen Mann, der dich versorgt, in die Arme genommen hat. Und warum wir alle nur eine ganz wunderbare Version von normal sind. Darüber und über noch so viel mehr sprechen wir in unserer heutigen Podcast-Folge Glückliche Singles. Ja, da sind wir. Glücklich und Single und glücklich und kein Single. Ja, aber das ist auch tatsächlich das Kapitel in meinem Buch und auch die Aussage, wo ich am allermeisten Feedback und Dankbarkeit für bekomme. Also ich glaube, über die Tatsache, dass man irgendwie Probleme mit seinem Äußeren hat, ist es leider inzwischen sehr, sehr leider anerkannt, weil es leider unfassbar viele Menschen betrifft, wenn man darüber spricht. Also ich sag mal so, es ist sowohl anerkannt, aber ich denke auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sozusagen diese Problematik, dass man vielleicht vom Leben überfordert ist oder es zu stressig ist. Und wir haben es ja in der letzten Folge auch angesprochen, Stress, da ist ein großer Grund, warum man sich in seinem Körper wahrscheinlich dann irgendwann nicht mehr wohl fühlt, weil der halt ja jegliche Notfallsysteme anschaltet und man deswegen halt nicht mehr abnehmen kann, sich nicht fit fühlt. Ja, der bereitet sich halt auf den Ernstfall vor, wenn du die ganze Zeit am Limit bist und weil du die ganze Zeit irgendwie deine Stresshormone am obersten änderst, da denkt der Körper sich, okay, genau hier im Bauchbereich kann ich am schnellsten darauf zugreifen, also lagere ich dort mal ein, was ich einlagern kann. Das ist halt, ja, auf der einen Seite sagt man so ein Wohlstandsbauch, auf der anderen Seite aber auch, ja, Schutz vor dem, was kommt, weil wenn man die ganze Zeit Stress hat. Aber es ist interessant, dass man das Wohlstandsbauch nennt eigentlich, wo man, ich meine, ich meine, damals als Essen noch nicht im Überfluss gab, konnten sich die Leute, die einen Bauch hatten, halt eben genug leisten, aber im Endeffekt ist es immer noch der Wohlstandsbauch, weil du so viel arbeitest vermutlich, so viel Stress hast, so viel dir Gedanken machst über Wohlstand, dass dieser Bauch trotzdem bleibt. Ja, vielleicht ist es wirklich, ja. Also ob du es jetzt hast oder nicht, ist ja dann auch noch die andere Frage. Ja, aber über diese Single-Thematik, das ist auch, im Kölner Treff hatte ich das irgendwie formuliert, dass ich es so schade finde, dass es in unserer Gesellschaft scheinbar viel, viel anerkannter ist, wenn du unglücklich in einer Beziehung feststeckst, dann kommt irgendwie jeder und sagt mal, ja, das ist eine Phase, da muss man durch, das gehört dazu, so, dass es irgendwie auch, egal wie lange es sich zieht, da immer wieder so eine Akzeptanz dafür gibt, dass man in dieser Beziehung bleibt. Aber ab dem Moment, wo du sagst, hey, ich bin glücklicher Single, ist das ein kompletter Trigger, für unglaublich viele Menschen auf Fehlersuche zu gehen. Wusstest du, da möchte ich mal kurz was erzählen, da habe ich was Neues gelernt, und zwar, du bist kein Trigger für mich, sondern du bist ein Glimmer für mich. Hast du das schon mal gehört? Weil ich so wunderschön glimme. Nein, aber das ist so das Gegenteil eines Triggers. Ein Trigger ist etwas, was dich in so einen Alarmzustand versetzt, das regt dich auf, das macht was Unangenehmes mit dir. Ein Glimmer ist etwas, was dir ein Gefühl von Sicherheit, von Geborgenheit, von Angekommen, von ich kann mich verlassen, von ich bin sicher. Und deswegen, wir sollten vielleicht einfach mal öfter darauf achten, in welchen Situationen… Also jetzt ist jetzt schon ein Sticker, du bist mein Glimmer. Du bist mein Glimmer, ja. Dazu so ein bisschen Glitzer. Diana Crema. Aber ja, du bist mein Glimmer. Aber für viele Menschen ist das halt ein Trigger, mit Singles irgendwie zu tun zu haben, die dann auch noch glücklich sind. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass eben viele Menschen das Gefühl haben, wenn sie dann in einer Beziehung sind, und eine Beziehung ist immer die mit Kompromissen, ja. Aber darauf, das ist ja das, was man gibt, um halt auch was wie Zusammenhalt, Zugehörigkeit, Team zu bekommen, ja. Und ich glaube, dieses Gleichgewicht von Geben und Nehmen, das klingt jetzt so negativ, das ist ja etwas, was sehr unterschwellig passiert hoffentlich und wie selbstverständlich, ist bei vielen dann wahrscheinlich ein Ungleichgewicht. Und dann ist es natürlich reizvoll zu sehen, oh, da ist jemand glücklich und Single, der muss keine Kompromisse machen, der muss ja nur für sich sorgen, der kann den ganzen Tag das machen, was er will, kann sich mit Leuten treffen, vielleicht auch nicht und all sowas. Weil die wenigsten Leute sagen ja dann zum Beispiel, ja, hm, es ist aber, ich komme auch abends oft nach Hause und fühle mich dann einsam oder so. Das hast du jetzt zum Beispiel nicht, ja. Aber es gibt ja auch viele, die auch das Single-Sein so feiern und ja, dann kann ich mich hier durch die Welt hindern und jede Nacht jemand anders. Aber das macht vielleicht ein, zwei, dreimal Spaß, weil die Leute dann irgendwie kurz interessant sind. Aber ich kann es nicht aus eigener Erfahrung, aber aus dem Umfeld sagen, das ist ein Fulltime-Job, quasi das aufrecht zu erhalten und dabei emotional nicht zu verrohen. Habe ich tatsächlich so noch nicht mitbekommen. Und das ist auch eine Sache, die ich immer wieder gespiegelt bekomme und deswegen war es mir auch so wichtig, einige Geschichten in mein Buch zu nehmen, die genau dieses Anderssein, weil in dem Moment, wo man irgendwie anders ist, ist man ja plötzlich, fällt man durch dieses, bis zu einem gewissen Grad ist es normal, ab dann kippt es. Und ab denen fühlt man sich dann nicht mehr zugehörig, fühlt man sich auch so ein bisschen, ja, fehl am Platz, weil es immer wieder auch so suggeriert wird, so mit dir stimmt was nicht, so ist es nicht richtig, so als ob es irgendwie eine Regel dafür gibt, wie so einen Lebenslauf auszusehen hat. Das war früher ja auch, es gab einen Ablaufplan und da hat man entweder reingepasst oder nicht. Wenn man nicht reingepasst hat, dann hat man irgendwie das, das versagt hat. Aber das Leben ändert sich auch, zum Beispiel heute. Ja, aber vor allem die Zeiten ändern sich ja auch. Ich meine, früher warst du halt eben angewiesen auf einen Mann. So komisch es klingt, jetzt das zu sagen, aber es ist so, man war darauf angewiesen. Ich meine, Frauen durften ja bis in, keine Ahnung, ich bin jetzt, ich weiß nicht ganz genau das Date, aber die 50er, 60er Jahre nicht mal arbeiten und mussten ihren Mann um Erlaubnis fragen, Ich glaube, auch nicht mal wählen. Die haben so ein Taschengeld gekriegt und so. Meine Oma kannte das noch. Ja? Ja, meine Oma war der Meinung, ich bräuchte einen Mann, der mich versorgt. Und da habe ich gesagt, Oma, möchtest du mal meinen Kontostand sehen? Bam! Meine Wohnung, meine Menschen, meine Karre. Nein, aber wirklich, das war für meine Oma unvorstellbar, dass sich eine Frau wirklich selbst ernährt. Und das war halt so, das hatte ja dann aber auch ein Gefühl von, oh, okay. Und dann habe ich so gedacht, hm, schade, schade, dass sie gar nicht mal mir so sehr dieses Verliebtsein und im Endeffekt dann auch Lieben wünscht, sondern vielmehr dieses, hey, dann machst du dir keine Sorgen. Also, aber vielleicht war deine Oma dadurch ja dann schon viel progressiver, als du dachtest, weil sie gesagt hat, Mädel, ich will halt, dass du versorgt bist. Ich will, zum Lieben traue ich dir locker zu, dass du das selber schaffst. Vielleicht, ne? Aber du schaffst es halt nicht, dich zu versorgen, wenn in der Welt, in der sie groß geworden ist. Ja, ja, genau. Und da wünscht sie ja ihrer Enkeltochter einfach nur das Beste. Ja, sie wollte einfach, dass es mir gut geht, das weiß ich heute auch. Aber damals war es natürlich totaler Druck. Und deswegen auch die unterschiedlichen Geschichten, die dieses Normalsein-Kapitel... Hast du eine Lieblingsgeschichte in deinem Buch von denen, die da sind, die du mal kurz erzählen kannst? Ja, also eine meiner liebsten Geschichten, die ich dann auch wirklich mit ins Buch genommen habe, ist ein junges Mädchen, die plötzlich in der heutigen Welt, was gut darauf passt, hast du gesagt, dass Zeiten ändern sich, von ihrer Familie, tatsächlich auch von ihrer Mama und ihren Schwestern, ja, bemitleidet wurde und sie auch ganz deutlich geäußert haben, hey, es ist so schade, dass du wenig vom Leben willst, weil sie ihren ersten Partner heiratet, einen Antrag bekommen hat und sich so schlecht gefühlt hat, weil alle um sie herum gesagt haben, du musst dich doch erstmal austoben, du kannst doch nicht den Erstbesten nehmen, du weißt doch, du hast doch gar keinen Vergleich. Und sie sagt, ich brauche keinen Vergleich. Finde ich auch, das finde ich so krass. Ich wünschte manchmal, dass dieses Vergleichen einfach viel, viel weniger wäre in unserer Welt. Und ich stecke da selber ja so sehr drin, dass man leider Gottes, obwohl ich es weiß, trotzdem funktioniert mein Gehirn noch so und denkt so, ah, dies und das und jenes und wie wäre es, wenn und so. Das ist ja, eigentlich macht das ja so viele Türen im Kopf auf, die es nicht braucht, weil wenn sie glücklich ist, ja, und wenn sie dann, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie glücklich wird, damit, dass sie nicht versucht, irgendwas ständig zu optimieren, sondern zu sagen, das erfüllt mich. Und es ist halt natürlich... Ich bin angekommen. Genau, und man wächst natürlich gemeinsam. Man muss immer sprechen, man muss immer gucken, weil sich natürlich auch, man sich in einer Beziehung verändert. Und die Beziehung verändert sich mit einem mit und da muss man halt dran arbeiten. Ja, das ist doch großartig. Ja. Und diese Vertrautheit dann zu bekommen, die man dann hat in so einer Beziehung, finde ich zum Beispiel ganz persönlich etwas ganz Wertvolles und Tolles. Ja. So, das wünsche ich persönlich jedem, der da auch Bock drauf hat. Aber es muss jetzt nicht unbedingt eine Partnerschaft sein oder sonst was. Das kann man auch mit der Mutter haben, mit den besten Freunden, mit was auch immer. Aber ich persönlich finde natürlich schon, dass man, wenn das natürlich die Partnerin der Partner ist, noch mal eine andere Intimität. Eine andere Intimität und Ebene, weil man halt die ganze Zeit zusammen lebt und weil man einfach natürlich noch mal den Haushalt teilt und weil man gewisse... Man ist ein Team. Genau. Man verlässt sich. Und zwar auf allen Lebensebenen, was man dann wahrscheinlich mit den Freunden und so dann oder Eltern dann nicht mehr so intensiv irgendwann hat. Ja, genau. Und ja, das finde ich halt, ich bin ja voll Fan von Liebe, ne? Also ich sehe ja auch bei dir, wie wunderschön es sein kann, ne? Und ich gönne das ja auch jedem Herzen, von Herzen. Und ich würde auch nie sagen, dass ich mich irgendwie dadurch gestresst fühle. Also ich fühle mich durch gar kein anderes Leben irgendwie gestresst und getriggert, weil ich ja mit meinem Leben sehr, sehr happy bin. Ich schließe nicht aus, dass sich es irgendwann mal ändert. Leben ist Veränderung und wenn es mir gut tut, bin ich dabei. Aber wenn es so bleiben würde, bestes Leben, ne? Voll, voll schön. Und ich glaube, das wäre auch der Schlüssel zu einer glücklichen Beziehung. Wenn man sagt, ich bin mir selbst genug und wenn dann jemand in mein Leben tritt, egal wer, und es dann vielleicht sogar noch ein bisschen schöner macht für mich. Ja, und spannender. Dann ist es ja total toll. Und dann kann man ja, dann öffnet man sich und dann ist es super und dann findet man das schön und dann ist es ja auch eine Bereicherung. Aber man sollte im besten Falle jetzt, aus meiner Perspektive, jetzt nicht suchen so, ich fühle mich nicht komplett und deswegen finde ich... Brauche ich den Deckel zum Topf sozusagen, um so ein altes Sprichwort mal hier ranzuziehen. Wobei das auch schön sein kann, weil man voneinander lernt und dann zu einem Team wird und so. Viele Wege führen zur Liebe und nach Rom und was auch immer. Eine Frau hat es mir sehr, sehr schön beschrieben. Sie hat mir gesagt, sie wünscht mir eine Liebe, die sich wie ein Nachtisch anfühlt. Man hat gut gegessen, man ist zufrieden, man ist gut gesättigt und dann, dann kommt er noch, es muss nicht, aber es kann. Und wenn, ist es nochmal wundervoll und rundet das Ganze so ab. Und das fand ich ein schönes Bild. Und also für Nachtisch habe ich einen Extramagen. Egal wie glücklich ich bin, ein bisschen Glück passt da immer noch zu. Ja, verstehe, verstehe, verstehe. Und dann kommt der Absacker, der Sambuka oder der Ramazocki und spült alles mit viel Alkohol runter. Sagt er und sie trank einen Eistee. Nein, aber ich finde es auch, zum Beispiel hat RTL einem einen Bericht zu meinem Buch gebracht und hat mein Buchcover Jana 39 ungeküsst, verschiedenen Menschen am Brandenburger Tor gezeigt und sie nach ihrer Meinung dazu gefragt, was das Erste ist, was sie mir für eine Frage stellen würden. Und viele haben einfach nur gesagt, aber die ist doch voll hübsch, also wie kommt es dazu? Dann haben welche gesagt, oh, schade, ich würde es ihr voll wünschen. Also so ganz, ganz, ganz liebe Sachen. Und einer, wie ich das verstanden habe, ein Lehrer sagte, ob ich dadurch provozieren möchte. Ob ich durch meinen offenen Umgang damit andere Menschen provozieren möchte. Und das ist so, das finde ich, ist der krasseste Gedankengang, den man irgendwie haben kann. Überleg mal. Ja, aber vielleicht kann man es ja auch so sehen, finde ich, provozieren ist das falsche Wort, aber vielleicht möchtest du ja doch polarisieren. Und du stellst dich ja ganz bewusst dahin und sagst, so ist es und ich möchte das zum Thema machen. Ja, das auf jeden Fall. Ich möchte da für Aufmerksamkeit sorgen. Genau, und dafür muss man in der heutigen Zeit ja auch ein bisschen polarisieren. Ich meine, der Titel ist ja polarisierend. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass er Aufsehen erregt, weil das ist ja das Ziel. Nur dann taucht man halt in die Geschichte und nimmt hoffentlich ganz viel für sich selbst mit. Und also nur weil das Buch Jana 39 ungeküsst heißt, es ist natürlich auch kein Beziehungsratgeber. Noch viel weniger ist es ein Antibeziehungsratgeber. Sind wir ehrlich, es ist ja noch nicht mal ein Ratgeber. Es ist einfach meine Lebensgeschichte und ich bin total stolz und glücklich, dass so viele Menschen so toll darauf reagieren und sagen, wow, ich bin weder es gestört, noch bin ich ungeküsst, noch bin ich dies, das, jenes. Aber trotzdem habe ich das Buch am Ende zugeklappt und hatte drei Freundinnen im Kopf, denen ich das schenken muss. Weil es ja nicht nur die Thematiken behandelt, sondern natürlich auch irgendwie Mobbing und die Lebenssituation, die wir ja alle ein Stück weit durchlebt haben. Wir alle sind in die Schule gegangen, wir alle haben Ablehnung erfahren, wir alle haben uns versucht anzupassen, wir alle wollten dazugehören, wir alle wollten unser Stück vom Kuchen sozusagen. Oder der Kuchen sein. Oder der Kuchen sein, ganz genau. Und wir alle haben irgendwie daraus gelernt und unsere Erfahrungen gemacht und du hast ja wirklich dann, ich sage es ja immer so gerne, ja gerne ist das falsch, ich sage es ja immer, um es einfach nochmal klar zu machen, und ich sage mal so, das Leben hat dir ja schon nochmal deutlich mehr Aufgaben mitgegeben mit den Krankheiten und der Essstörung und so in deinen jungen Jahren als jetzt vielleicht dem einen oder anderen. Das kommt immer darauf an, finde ich, was man so als Aufgabe vom Leben definiert. Also ich glaube, dass Menschen, die können noch viel, viel, viel extremere Sachen durchgestanden haben und es gibt Menschen, die nicht ansatzweise so viele Aufgaben vom Leben gestellt bekommen haben, aber egal welche Aufgaben du gestellt bekommst, es sagt nichts darüber aus, wie glücklich du am Ende bist und es ist immer der Umgang damit. Das stimmt, aber ich wollte damit sagen, du hast sehr viele Erfahrungen gemacht, sehr viele negative und sehr viele Aufgaben bekommen, die du handeln musstest, wo man dann ja auch, man kann es mal ein bisschen vergleichen mit Hartz-IV-TV, mitten im Leben mäßig, wo man ja auch sagt, irgendwie das zuklappt und denkt so, wow, okay, krass, wie die das geschafft hat, trotzdem glücklich zu sein. Und dieses trotzdem glücklich, ich weiß, das stört dich. Inzwischen nicht mehr. Aber es geht ja darum, eigentlich ist da ja das schon am Ende das Kompliment drin versteckt, finde ich, wo man sagt so, wow, was für eine starke Frau, dass sie trotz all dieser Hindernisse, wo ich persönlich ganz vielleicht aufgegeben hätte oder wo ich das Glück nicht mehr so sehen könnte, jetzt so eine unfassbar positive Person ist. Und ich glaube, dieses trotzdem, also es hat mich früher halt so unfassbar gestört, weil ich das immer so das Gefühl hatte, als ob ich dadurch auf so einen Sockel gestellt werde, so schaut, was sie alles geschafft hat. Und wenn ich heute zurückdenke, ja, sicherlich, mein Leben war jetzt nicht irgendwie easy peasy, aber es war jetzt auch nicht die Hölle. Also wenn ich da mir die Geschichten, von denen jetzt an mich herangetragen werden, anschaue, da denke ich mir, eigentlich hatte ich es doch ganz gut. Aus der heutigen Sicht, damals war es für mich unfassbar schwer. Wollte ich gerade auch sagen, weil du bist ja daran gewachsen. Du bist ja diejenige, die gelernt hat, mit genau diesen Situationen umzugehen. Deswegen fühlen sie sich für dich jetzt vielleicht auch nicht mehr so schwer an. Gar nicht mehr. Und andere sagen, ja, ich habe halt mit der und der Situation gelernt, umzugehen. Und das ist für mich nicht ansatzweise so krass wie das, was du erlebt hast. Aber es ist ja jetzt auch kein Battle. Richtig. Es ist kein Wettkampf, wer irgendwie die krasseren Dinge erlebt hat. Und deswegen finde ich es auch schön, dass es darum geht, zu sagen, ich bin glücklich. Ja. Nicht, mir ist die ganze Scheiße passiert und das Leben ist kacke und sonst was. Da hättest du auch jeden Grund dazu, dich da hinzustellen. Aber zu sagen, hey, all diese Aufgaben haben mir gezeigt, wie dankbar ich jeden Tag sein kann, mich selbst zu sein. Wie dankbar ich sein kann, selbst meine Zeit einzuteilen. Und ich nehme mich da auch nicht raus, als wir gestern irgendwie nach Kassel zur Lesung gefahren sind, zum Book Meets Music. Und wir dann über unsere Tagesabläufe gesprochen haben, ist es so, dass du es normalerweise schaffst, die irgendwie bis zu drei Stunden am Tag Freiraum zu schaffen. Nicht bis zu Minimum drei Stunden brauche ich für mich. So ist das in meinem Sprachgebrauch schon. Ich schaffe es ja noch nicht mal, mir Mittagessen zu kaufen, nicht mal zu machen, zu kaufen. Weil natürlich ich dann auch durch meine Familie natürlich Aufgaben habe, die ich gerne mache, die dazugehören. Aber mein Job natürlich trotzdem auch sehr intensiv ist mit verschiedensten Sachen. Und dementsprechend ist total, ich da auch sehr neidisch drauf bin, weil ich denke, oh, ich würde gerne diese Zeit haben. Ob ich sie mir, wenn ich sie hätte, nehmen würde, steht ja auf einem anderen Blatt. Würdest du nicht. Ja, könnte ich das wahrscheinlich nicht, aber da sage ich natürlich schon, okay, da ist es schon auch geil, einfach nur für sich verantwortlich zu sein. Aber das ist halt auch nur die eine Seite der Medaille. Immer wieder sagen wir Menschen, boah, ich hätte so gern dein Leben. Und dann sage ich, okay, aber ich kann es verstehen, aber mach dir bewusst, du hättest nicht, dass du nach Hause kommst und jemand da ist, der sich freut, dich zu sehen. Du hättest nicht, dass du bedingungs, obwohl doch, das kann ich auch, aber so dieses, dieses... Was kannst du auch? Ja, dass Tag und Nacht, wenn ich ein Problem hätte, nicht nur eine Person da wäre. Ich hatte gerade so überlegt, dass man halt in einer Beziehung ja bedingungslos Tag und Nacht da ist, aber ich habe Freunde, die Tag und Nacht und Familie, die bedingungslos da sind. Aber nicht direkt im Haushalt, die müssten auch erst anreisen und es wäre trotzdem eine andere, eine andere Intensität, weil dann müssten die ja auch quasi auch erstmal vielleicht dann in ihrem Leben kurz dafür sorgen, dass da irgendwie alles geregelt ist, bis sie da sind. Genau, aber ich will nur sagen, es ist, sicherlich ist es irgendwie schön, diese Me-Time zu haben, aber auf der anderen Stelle hat man dann halt auch Sachen, auf die man, das ist halt das Ding, für mich fühlt es sich nicht wie ein Verzicht an, aber ich glaube Menschen, die so dieses Gefühl von Liebe und Verliebtsein kennen, dass denen das dann schon auch fehlen würde. Ich frage mich gerade, ob diese Sache, weil zum Beispiel auch so was für einen Haushalt teilen, dass man nicht alles selber machen muss, dass man sich nicht um alles immer selber kümmern muss. Ja, aber man muss es ja trotzdem bewirtschaften, sag ich mal so, geputzt werden muss trotzdem. Klar, vielleicht die kleinere Wohnung, aber das kann man sich ja teilen, Wäsche waschen, dies, das und jenes. Klar, die Dinge machst du alle sehr, sehr gerne. Ich liebe Haushalt. Aber irgendwann gibt es ja auch immer Phasen, wo man sagt so, yo, und die gab es auch bei dir, ich habe gar keine Zeit dafür und da war es ganz schön, dass die Mutter da war. Absolut. Und das ist ja dann, ich meine, du genießt es gerade auch, ihr geht sehr, sehr gut in der Reha, war, was uns alle sehr glücklich macht und du genießt deine Zeit hier, jetzt auch ganz alleine zu sein und wieder komplett über deinen Tag verfügen zu können und nicht dann irgendwie sich auch vielleicht mal nach der Mutter mal spazieren gehen, essen und sonst was richten zu müssen. Aber es ist auch ganz schön, dass die Mutter dann eben hier putzt, Essen dann auf den Tisch kommt und so weiter und so fort. Und dass jemand da ist, der sich freut, wenn ich runterkomme zum Krimi gucken, natürlich. Ich bin ja ein geselliger Mensch. Genau und das wäre, glaube ich, schon vielleicht mal was anderes, wenn du das, jetzt weißt du, es ist auf Zeit nicht da, ich kann das genießen, danach habe ich es wieder. Aber wenn das dann irgendwann nicht mehr ist. Diese drei Jahre in Berlin, da tatsächlich hatte ich dann schon einmal in der Woche, dass ich gesagt habe, okay, ich sehne mich jetzt danach, nicht nur andere Menschen beim Bummeln oder beim Spazierengehen zu sehen, sondern einmal in der Woche habe ich dieses Gefühl von, ich sehne mich danach, mich mit jemandem auszutauschen. Und dann war ich, ja, ein bis zweimal abends in der Woche mit jemandem schön schick essen und haben irgendwie dann auch noch einen Spaziergang gemacht. Aber mehr hast du das nicht. Du hast es ein, zweimal die Woche, weil dafür reichen ja Freunde, sag ich mal so. Ja, genau und das war halt so dieses, als ich alleine gewohnt habe die drei Jahre in Berlin, da habe ich das dann schon, ich bin kein Mensch, der sich die ganze Zeit nur um sich selbst drehen kann. Dann fehlt mir was. Ja, du hast es ja auch damals gesagt, selbst wir haben das ja, wenn wir zu lange abhängen und nicht wirklich die ganze Zeit was machen und ich einfach nur auf dem Sofa liege und chille und du was zu tun hast, dann richte ich allein schon mein Atmen auf. Und ich würde mich jetzt mal zum engeren Kreis der leise Atmer zählen. Nee, aber auch zum engeren Kreis der Menschen, die du in dein Leben lässt zählen. Ja, voll. Und da ist es wirklich spannend, aber du hast auch wirklich kein sexuelles Verlangen irgendwie in irgendeiner Form, weil ich meine, auch das könnte man sich außerhalb einer Beziehung holen, natürlich. Aber ich habe nicht so diese sexuelle Lust oder dieses Trieb, ich weiß nicht, wie man es nennt, ich habe ja auch gar nicht so diese, ich spüre meine innere Uhr, also ich habe überhaupt nicht den Gedanken irgendwie Kinder, eigene Kinder haben zu wollen. Ja gut, aber zwischen Sexualität aus Leben und Familie gründen ist ein weites Sprektrum. Nein, ich habe auch kein Bedürfnis mit irgendjemandem sexuell intim zu werden. Also diese Gedanken habe ich nicht. Aber ich glaube, das ist dann am Ende des Tages doch auch, wo das Verständnis von vielen Leuten fehlt. Weil sie das Gefühl haben. Weil das so eine elementare Sache in deren Leben ist. Und ich glaube, dass viele Menschen und auch gerade in Deutschland nicht, also Verwunderung und Interesse oft abtun als, dass es anders, das finde ich komisch, das hat so nicht zu sein, weil es dann doch am Ende des Tages irgendwie vielleicht selbst Gelüste oder sonst was triggert oder irgendwie Fragen aufwirbt, auf die man selbst keine Lust hat. Es gibt ja zum Beispiel bei so, du kannst nicht neidisch sein auf jemanden, der nicht etwas hat, was du selber gerne hättest. Weißt du, was ich meine? Klar. Also das ist ja die Definition von Neid, dass man irgendwie denkt, oh, irgendwas triggert mich da, was diese Person, was ich da irgendwie cool finde, was ich da irgendwie vielleicht bei mir vermisse in irgendeiner Form oder in einer anderen Form. Aber das nervt mich gerade, dass diese Person mir das bewusst oder unbewusst vorhält oder vorlebt. Also du meinst, dass Trigger immer was mit Neid zu tun hat? Nee, glaube ich gar nicht mal. Ich glaube, viele Menschen sind gar nicht neidisch auf meinen Zustand, sondern finden das einfach so absurd und so skurril, dass sie nicht glauben können, dass es so ist. Oder sie finden ihren Beziehungsstatus oder ihr Leben als Gefahr oder in Gefahr, wenn da einer sagt, so guck mal hier, das geht doch auch und man selber denkt, nee, es geht nur so. Also ich finde das total spannend. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch ist, ob es da auch einfach so eine Art von gesellschaftlicher Konvention gibt, dass man in der Beziehung sein sollte oder ob ihr das jemals schon mal hinterfragt habt überhaupt. Entschuldigung, wir haben 2023. Ja und? Darf man 2023 die Frage nicht mehr stellen? Nein, also, nein, man merkt, du bist wenig auf Social Media unterwegs, aber das ist... Also ich finde aber auch, Social Media ist dann immer so eine Sache, ich brauche Klicks, ich sage auch mal was in den luftleeren Raum hinein und gucke mal, was die Reaktion ist, ob das jetzt die eigene Überzeugung ist oder der eigene Wunsch, ist dann nochmal was anderes, finde ich. Also, keine Ahnung. Ja, aber schreibt es gerne mal. Ich finde, man kann sich diese Frage ruhig gerne mal stellen. Ja. Was stelle ich mir eigentlich für mein Leben vor? Genau. Und wie ist es mit anderen Lebenswegen? Findet ihr andere Lebenswege spannend und seid neugierig? Oder ertappt ihr euch manchmal vielleicht auch dabei, dass ihr urteilt und dann plötzlich denkt, oh, warum ist denn da so viel Gefühl bei mir für diese Situation, die mich eigentlich null tangiert. Ja. Oder tangieren müsste. Genau. Tangieren müsste. Da bin ich sehr gespannt. So, jetzt klingelt da oben in deiner zweiten Mention schon der Laptop, deswegen entlasse ich dich hier. Ich entlasse euch auch und ich wünsche euch zwei wunderschöne sonnige Wochen und wir hören uns hier wieder, genau, in zwei Wochen, ne? Ja. Ja, los, hopp. Wir müssen jetzt los. Los müssen wir. Ihr Lieben, danke schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt. Diana springt schon hoch in die zweite Etage ihrer riesengroßen Menschen in den Westflügel. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören, dass ihr auf euch aufpasst und dass ihr es euch gut gehen lasst. Trinkt genug, geht ab und zu mal in den Schatten, das mache ich auch und wir hören uns wieder. Alles Liebe, alles Gute. Ciao. Diesen Podcast, den du gerade abonniert hast, übrigens vielen Dank dafür, entsteht in Kooperation mit der Siemens Betriebskrankenkasse.